Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu dem WWE 2K16 King of the Ring Turnier und ich bin der Verlierer der Onkel und der Gewinner ist der Rewano. Ja, hallöchen, ich bin wieder da, dumm, 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 ja, und zwar darf er sich diesmal entscheiden und zwar hat er zur Wahl Ken Shamrock oder Finn Balor. Kim Shamrock oder Finn Balor, ich nehm, äh, Ken Shamrock, nehm ich da. Ja, alles klar. Ja, heißt der Kim? Dann bist du, dann bist du links, Ken Shamrock. Ken, mit K, ne? Ja, auch Kim wird mit K geschrieben. Ja, auf jeden Fall, ja, kann ja nur Shamrock heißen, auch mit K, okay. Ich glaub, der war, den hatte ich sowieso gewählt, ne, oder waren die beide von mir? Die waren beide von, bist du blöd? Okay. Deswegen könntest du doch wählen. Schon lange her. Waren die beide von mir? Also echt, es ist überlebt, er kann die Wrestler wählen, weil sie beide ihm gehören und fragt, ob er ihm gehören. Scheiße, aber der Finn Balor war auch gut, ja, die waren beide gut, da kann ich nix sagen, ja, das wird hart für mich jetzt. Egal, wen ich verliere, beide tut weh, aber okay, so ist das nun mal, ne? Ja, dann nimm mal den Finn Balor. Ja, der hatte sogar 88, der war gut, ja. Na gut. Balor. Balor. Finn Balor. Der NXT Champion. Ich weiss nicht, aber. Oder Balor, weil du oben so ein Apostroph hast. Finn Balor. Also B, 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 A, A, A. Wie ein Baileys, äh? Ein Balor. Beides voll die Mutanten. Boah, guck dir meinen an. Darf ich irgendwas machen? Ah, ja. Ich hab grad vergessen, wo ich bin. Auf der Seite. Aua, voll in die Klöte. Das hat voll wehgetan. Ah, da zuckt meiner ein bisschen. Boah, der hat aber auch Muskeln, der Junge. Der hat aber ein kleines bisschen Pakete. Bam, schön. Wie ein Bäler. Nein. Aus. Aus. Nur per Zufall kommst du schon da drauf. Ha. Boah. Klingt schnell. Boah, das ging gut jetzt. Voll durchgezogen. Boah. Der hat doch gar nicht getroffen. Habt ihr gesehen, dass es nur ein Fake-Tritt war? Hä? Der hat doch auf dem Arm getreten. Ja, der hat doch mit den Knie hat er doch gar nicht getroffen. Ach so. Weil das Knie war. Boah, guck mal. Boah, der hat aber Power, der Junge. Da wollte er aufstehen und mich... Und dann habe ich ihn direkt gepackt, du. Direkt super los. Ja. Ist hier ordentlich verschwartet, würde ich mal behaupten. Mhm. Sieht aus wie der Hulk, ne? Kurz vor der Formation. Oh, wollte ich gar nicht. Aber egal. Okay, super. Der scheint doch ziemlich fit zu sein, der... Ken Shambrock. Mhm. Äh, ich hab X gedrückt. Ich wollte dich rüberwerfen. Wollte dich rüberwerfen. Nee. 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 Aua. Das tut doch weh. Wieso tust du das? Das tut doch weh. Warum tust du das? Die übelste Powerbomb. Oder Drehbomb oder was auch immer für eine Bombe. Alles bei dir Powerbombs, egal was man macht. Hier guck, Powerbomb, 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 Powerbomb. Powerbomb, Powerbomb, Powerbomb. Oh, no, no. Wow. Ich füge dir die Schmerzen zu, mein Freund. Schmerzen. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ich werde dich mit Schmerzen bombardieren. Ich glaube, ich habe die richtige Wahl getroffen. Mhm. Ja, super. Super, super. Konntest du? Ja. La, 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 la. Bum, 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 bum. Na komm, steh auf jetzt. Das war ein kleiner Stoß, du. Meiner, der tut wieder so, als wäre der 100 Jahre verpügelt worden. Na klar. Nö. Nö, nö, nö. So nicht. Wie, das Gleiche. Drück doch mal in eine andere Richtung oder so, das ist doch nervig. Ja, der hat nicht so viele andere Moves. Nee, jeder hat gleich viele andere Moves. Ich habe alle vier Tüche und zweimal sind dieselben. Und du hast mir gerade mein S kaputt gemacht. Fand ich nicht so nett. War das dein S? Ja. Wieso kann man das nicht blocken? Was? Was? Wow. Oh, das sieht gut aus. Was Neues. Bisschen am Bein rumgezappelt. So, jetzt nochmal. Ja, das würde ich sehen. Ja, meine Fresse. Oh, oh, du fummelst so mit deinen Händen rum. Ah doch, hat geklappt. Was mache ich? Ja, ich dachte, du konntest. Ich dachte, du konntest mich. Ach, du bist so blöd. Was mein S gekontert hat. Na, du auch. Nein. Ich konnte uns gegenseitig zu tun haben. Aber du hast immer noch ein F. Da habe ich ein bisschen Schiss. Ach so. Du bist ja schon bewusstlos. Da kann ich ja mein S machen. Ja, kann ich so. What? Wie der es gesagt hat. What? Und Ken Shamrock. Bomb. Bitte, 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 bitte. Oh, das ist also ein Aufgabegriff. Okay. Okay. Weg, aber der kennt es gut, ja. Da hat der Onkel einfach aufgegeben. Eigentlich war es ja mal meine Wahl, ne? Bitte was? Ken Chemrock war ja eigentlich mal meine Wahl. Achso. Na, dann hab ich ihn jetzt übernommen. Echt? Hab ich den nicht genommen? Nein. Sicher? Ja. Das müssen wir nochmal nachlesen. Du hast, ich hab dir einen schönen Neidhardt mit ihm besiegt. Und dann hast du mit Dolph Ziggler und Ken Chemrock hab ich dann gehabt, hab dafür Dolph Ziggler genommen und du mit Chemrock und mir hast du dann Ziggler besiegt. Ah, okay. Na gut, dann war nur der Balor von mir. Ja, der ist nicht schlecht, ey. Muss ich sagen. Ja, nice. War ein gutes Match. Kann man nix sagen. Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, war es das schon wieder für heute. Ich hab schon wieder verloren. Das ist langsam. Ja, gewöhnt euch dran. Also es wird langsam ein bisschen, es wird langsam ein bisschen eintönig. Muss ich schon auch selber gestehen. Und naja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.